Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast und ich habe hier heute einen Gast wieder am Start. Er ist nicht ganz unbekannt hier im Podcast, der liebe Samuel Hess. Und ja, bevor wir da jetzt rein starten in das Thema Conversion Rate Optimierung, A-B-Tests und alles, was damit zu tun hat. Erstmal Servus an dich und ja, erzähl mal, wie geht's dir? Ja, moin bestens. Long time no see auf dem Podcast, oder? Ist es jetzt eineinhalb, zwei Jahre her seit der letzten Aufnahme? Ich glaube tatsächlich so in Richtung zwei Jahre war das letzte Mal. Boah, die Zeit vergeht so krank. Also es ist wirklich, ich weiß auch genau, wo ich es aufgenommen habe. Es war glaube ich im Keller von meinem Dad damals, wenn mich nicht alles täuscht. Bei mir war es im Wohnzimmer. Geil. Sehr cool. Ja, wir werden ja heute tief in das Thema reinsteigen, was ich gerade angesprochen habe. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, für, ich sag mal, die neueren Zuhörer. Du bist ja gar nicht so unbekannt in der Szene, bist ja ziemlich aktiv auf LinkedIn mit deiner Agentur Drip Agency. Erzähl ruhig mal, was macht ihr so, was machst du so? Einfach mal ein quick rundown. Ja, also für jeden, der mich noch nicht kennt, erstmal mega, dass ihr heute zuhört und euch das Thema reinzieht. Ich bin Samuel Heß, einer der Gründer der Drip Agency. Und Daniel, du hast gerade schon angeteasert. Was wir machen, wir machen AB-Testing, hauptsächlich für größere Online-Shops. 10, 20 Millionen Euro plus Jahresumsatz bei den meisten. Machen das Ganze für Brands wie Snogs, Gießwein, wie Keen. Kennt der eine oder andere vielleicht. Und haben da angefangen, jetzt darf ich überlegen, wenn wir das letzte Mal vor zwei Jahren gequatscht haben, dann muss es die Agentur jetzt drei Jahre geben. Haben in den letzten drei Jahren knapp 2000 AB-Tests durchgeführt. Haben da einiges gelernt und sind auch, muss man sagen, jetzt vor allem letztes Jahr und das Jahr davor von irgendwie einer Zwei-Mann-Bude auf 25 Leute hochgewachsen. Und ja, was mache ich bei Drip? Ganz am Anfang war ich operativ in den Projekten drin. Dann war ich mal kurz Vollzeit-Geschäftsführung. Und jetzt habe ich mich wieder dazu entschieden, dass ich, auch wenn ich in der Geschäftsführung noch zum Teil drin bin, hauptsächlich wieder an Kundenprojekten arbeite und eigentlich alles, was Testing angeht, weiterentwickelt bei uns intern. Dass wir einfach ein richtig, richtig geiles Produkt, richtig geile Dienstleistung haben. Und mache eben auch so Sachen wie heute, dass ich einfach Leute probiere davon zu überzeugen, dass sie alles testen sollten. Ich weiß nicht, ob du dich zwischenzeitlich kennst. Ich hoffe es mir ja, für alle, die es jetzt vielleicht im Video sehen, Les Igor Modell, der steht ja auf meinem rechten Unterarm zwischenzeitlich. Ich lebe das Ding einfacher. Ich muss sagen, seitdem wir angefangen haben, vor drei, vier Jahren uns in dem ganzen Online-Bereich und E-Commerce-Bereich zu beschäftigen, hat es mich einfach immer fasziniert, wie viel man Daten machen kann. Und deshalb bockt gerade einfach jeden Tag auf zum Stehen und die Möglichkeit zu haben, einfach für manche von den größten Brands in Deutschland A-B-Tests entwickeln zu können. Sehr geil. Ja, man spürt auch bei dir so absolut die Passion für Daten und für A-B-Tests. Das bringt mich quasi schon förmlich aus dem Video ins Gesicht rein. Genau, was mich noch interessiert ist, ich scrolle gerade so ein bisschen bei euch auf der Website runter. Du hast ja schon so ein paar Namen gesagt. Ihr habt ja echt die größten, der größten, also die bekanntesten D2C-Brands im Dachbereich oder in Deutschland hier unter Vertrag. Wie viele Kunden habt ihr da immer so gleichzeitig oder wie viele Projekte macht ihr da so? Boah, jetzt, das ist eine unangenehme Frage, die du mir gerade stellst, weil ich das Ganze echt nicht immer auswendig weiß. Aber wir sind eher Boutique-Agentur. Aktuell dürfte es irgendwas zwischen 16 und 20 aktiven Kunden sein. Also wir sind keine Massenagentur, die irgendwie 50, 60 Kunden hat, sondern wirklich eher, es liegt halt auch dem geschuldet, wir würden es gerne abbilden, aber dann bräuchten wir wahrscheinlich 200 Leute, die das Ganze stemmen können. Und ich glaube, jeder, der eine Agentur führt, oder du weißt es auch, du kannst dich in drei Jahren von 0 auf, schon von 0 auf 25 ist eine Challenge. Jeder, der das von 0 auf 200 zieht, da ziehe ich meinen Hut. Aber ne, dementsprechend, wir bekommen nicht alles abgefrühstückt, was wir machen wollen. Fühlig. Bei uns ist es genauso. Also wir sind auch, wir haben eigentlich die exakte gleiche Kundenanzahl wie ihr, also auch immer so zwischen 16 bis 20. Ist ja auch bei uns der Sweet Spot. Cool, alles klar. Ja, dann lass uns doch gerne mal in den Content-Part reingehen. Und zwar, wir haben im Vorgespräch schon über A-B-Tests und CRO gesprochen und du hast was ganz Spannendes gesagt, und zwar, warum man die Shop-Performance nicht anhand der Shop-Conversion-Rate messen sollte. Lass uns damit mal anfangen und damit mal reingehen, weil ich glaube, dass viele, die jetzt hier gerade zuhören, unter Conversion-Rate-Optimierung und unter A-B-Tests genau das sich vorstellen. So, okay, ich muss meine Conversion-Rate im Shop um x Prozent erhöhen. Dein Take, bitte. Ja, mein erster Take ist, setz deine Preise auf null und deine Conversion-Rate ist morgen wahrscheinlich bei 100 Prozent und verlang keine Versandkosten. Das ist die effektivste Conversion-Rate-Optimierung, die du machen kannst. Aber nee, back to the point, also wir haben das Projekt kurz gehabt. Ganz viele Leute haben leider die Misconception, dass Shop-Optimierung der absoluten Conversion, oder wenn man den Shop optimiert, dann steigt meine absolute Conversion-Rate. Was halt, ich glaube, wenn ich alleine das Beispiel gerade sage, absoluter Bullshit ist. So, die absolute Conversion-Rate in einem Online-Shop geht halt auf so viele verschiedenen Faktoren zusammen. Und wie du im Shop halt eigentlich nur messen kannst, ob was wirklich performt oder nicht, ist, wenn du es wirklich mit einem A-B-Test testest. Also heißt, du schickst Nutzer, also ich glaube, die meisten Leute werden es von Facebook vielleicht kennen, du hast eine Kampagne, testest verschiedene Dinge, schaust dir an, wie ist die CTR, wie ist der ROAS von verschiedenen Creators. Genau das Gleiche kannst du im Shop auch machen. Heißt, du schickst irgendwie 10.000 Leute auf deinen Shop drauf, 5.000 davon sehen irgendwie deinen Online-Shop auf der Homepage einen gelben Button, 5.000 Leute sehen einen roten Button. Und dann schaust du eben, wie viel Prozent von den Leuten haben gekauft. Was man jetzt hier vielleicht noch sagen muss, wir haben es gerade gehabt, die absolute Conversion-Rate ist nicht die geilste Metrik, weil es einfach nicht den Average Order-Value beeinflusst. Ganz oft, was Leute nicht probieren zu machen und irgendwelche Rabattaktionen zu fahren oder sonstiges, was natürlich die Conversion-Rate erhöht, aber unterm Strich verdienst du weniger pro Nutzer. Und wir messen bei uns eigentlich zum Beispiel am B-Test immer den Average Revenue per User, also den durchschnittlichen Umsatz, den der Nutzer erwirtschaftet. Und das kannst du auch in der Testvariante runterbrechen. Das heißt, dann schaust du irgendwie an, die 5.000 Leute, die den gelben Button gesehen haben, wie viel hat uns ein Nutzer gebracht, der das gesehen hat versus wie viel hat uns ein Nutzer gebracht, der den roten Button gesehen hat. Und es hört sich dann mega komplex an, aber zum Schluss geht es dann darum, wirklich die relativen Uplätze zu vergleichen und zu checken, bringt mir das, wo ich was eingebaut habe, was oder nicht. Weil die absolute Conversion-Rate halt einfach, wie gesagt, schalt morgen deine ganzen Push-Kanäle wie Facebook, Instagram ab, deine Conversion-Rate wird nach oben gehen, erniedrig deine Preise, deine Conversion-Rate wird nach oben gehen. Aber ob zum Schluss dein Gewinn nach oben geht, der steht halt in den Sternen geschrieben. Und das muss man auch sagen, von den meisten Unternehmen ist das Ziel, Gewinn zu erwirtschaften und es ist nicht das Ziel, irgendwie eine hohe Conversion-Rate zu haben. Kann ich sofort unterschreiben. Weil das ist natürlich auch immer so ein Thema, was du richtig auch ansprichst. Wenn, sagen wir mal, ein super famous Influencer was postet an dem Tag, dann ist wahrscheinlich die Conversion-Rate auch dreimal so hoch, wie wenn du eiskalten Traffic von Meta drauf schickst. Jetzt muss ich da mal fragen, wie messt ihr das? Also wie kann das jetzt ein Zuhörer nachmachen? Ist es dann so, dass die Google Analytics einfach hernimmt und guckt, okay, was ist Revenue per Visitor oder? Ja, also die Metrik in Google Analytics heißt Revenue per User. Die kann man sich anschauen. Damit man das Ganze jetzt auf dem AB-Test messen kann, braucht man ein Testing-Tool, mit dem man einfach den Traffic aufsplittet. Weil, was ganz viele bei dem Thema AB-Testing auch immer denken, ist, dass man irgendwie zwei Webseiten gleichzeitig live hat, was eigentlich nicht der Fall ist, sondern ein AB-Testing-Tool splittet einfach, also du hast deinen einen Shop, gehen wir jetzt mal davon aus, Daniel, du hast deinen eigenen Shop gestartet, wir nennen es einfach mal den bitmon.de-Shop. Auf dem bitmon.de-Shop kommen 10.000 Nutzer drauf und am Montag kommen 10.000 Nutzer drauf und 50% der Nutzer sind die eine Variante, 50% die zweite. Und das AB-Testing-Tool ist eben genau dafür zuständig, dass über alle deine Traffic-Kanäle die Nutzer 50-50 verteilt werden. Heißt, die Leute, die von Facebook kommen, werden zufällig 50-50 aufgesplittet, die Leute, die von Instagram kommen und dann kannst du erst mal so den Leuten einen Tag oder ein Event geben und sagen, okay, Nutzer 1 war im bitmon.de-Shop in Variante 1, Nutzer 2 war bitmon.de-Shop in Variante 2. Und die Daten wiederum werden von dem Testing-Tool an Google Analytics geschickt und dann kannst du in den Report reingehen und dir das anschauen, wie hat sich der Revenue per User jetzt verändert. Das Leichteste, um hier zu starten, kurzer Spoiler, wir bringen hier auch bald einen Kurs wahrscheinlich dazu raus, wo wir genau das erklären. Ein leichtes Paar, das wird Google Optimize zum Starten, solange es noch geht. Es sind ja auch gerade Gerüchte in der Luft, dass das 2023 nicht überleben wird. Ansonsten gibt es unzählige andere AB-Testing-Tools am Markt, die man verwenden kann. Aber so kann man es dann nachvollziehen. Und eine Sache, wo ich noch anfügen mag, macht auf keinen Fall den Fehler und baut eine Änderung in eurem Online-Shop ein für zwei Wochen. Schaut euch dann den Revenue per User in Google Analytics an, baut es zwei Wochen lang wieder aus, schaut ihn euch dann auch mal aus und vergleicht es direkt. Da habt ihr auch wieder Sationalitäten drin, da habt ihr unterschiedliche Performance von Werbekampagnen drin und das könnt ihr nicht so vergleichen. Also man muss wirklich immer parallel diese Versionen live haben über ein Testing-Tool, um den Unterschied zu sehen. Und hattet ihr da allgemein mit diesem Thema, hattet ihr auch irgendwie einen Impact durch das Apple-Update iOS 14? Also habt ihr dadurch vielleicht weniger Daten bekommen oder weniger akkurat? Ich würde jetzt ungern das riesen Daten-Fass aufmachen. Klar, Datenqualität ist eine Ticken schlechte. Also ich glaube, es ist überall schlechter geworden. Ich muss sagen, wir waren nicht ganz so extrem betroffen, weil du halt noch immer notwendige Daten, die du jetzt im Browser nicht blocken kannst, Sachen wie, was für ein Device ist es, also der Browser muss ja abfragen können, ist das ein iPhone oder ist das ein Android-Handy. Heißt, dementsprechend war es nicht ganz so schlimm, wie es jetzt für iOS war, dass ihr gar nichts mehr gesehen habt, sondern wir haben halt noch einigermaßen die Endgeräte gesehen. Aber klar, wir haben auch einen Datenverlust gehabt. Aber Datenqualität, ich glaube, jeder, der sich mit AP-Testing auseinandersetzt, wird wissen, dass das einer von den größten Pains auch ist, weil du hast, die Cookies laufen aus. Du hast eine Cookie-Delation-Time, die relativ kurz ist. Wie gehst du mit Nutzern um, die von Haus aus gar keine Cookies akzeptieren? Und das ist immer was, du hast immer eine Unbekannte drin und du probierst ja mit AP-Testing, weil du davon, oder AP-Testing, gehst du davon aus, dass du deshalb alle Nutzer 50-50 immer gesplittet werden, dass die Leute, die jetzt einen Datenverlust haben in der Referenz und Variante genau gleichen Datenverlust eigentlich aufhaben. Und das ist auch der Grund, warum, es überrascht manche Leute ganz oft, wenn wir sagen, wie viele Nutzer bei uns in Tests eigentlich drin sind. Ich glaube, pro Test eine halbe Million bis Million Nutzer, die wir da oftmals drin haben. Und ich glaube, dann merkt man auch mal, wenn jetzt 2-3% Datenverlust in jeder, also 2-3% Datenverlust hast, du hast halt noch immer eine extrem große Stichmenge, wo du nachschauen kannst, war das jetzt wirklich besser oder war es schlechter. Okay, das habe ich soweit verstanden. Das heißt, allgemein für alle, die jetzt zuhören, wenn man auf die Shop-Conversion-Rate optimiert, dann ist es nicht immer ganz korrekt, weil es so viele verschiedene Faktoren gibt, wie zum Beispiel Preisanpassungen. Deswegen besser A-B-Tests auf einzelne Elemente, um dann herauszufinden, okay, bringt mir das jetzt mehr Geld ein pro Nutzer? Jetzt ist natürlich die große Frage, du hast eingangs auch gesagt, ihr arbeitet mit größeren Brands. Ab wann macht das Sinn? Ab welchem Level gehe ich her als Online-Händler und sage, okay, und jetzt mache ich Warenkorb-Button blau und gelb? Ja, ich sage immer gern, ab dem Zeitpunkt, wo es betriebswirtschaftlich Sinn macht. Also muss man so einfach mal in den Raum stellen, weil jetzt komme ich auch zu, wie man sich das ausrechnet. Nehmen wir mal an, wir haben vorhin ein Vorgespräch gehabt, was die Größe von den Firmen angeht, die ihr zum Beispiel betreut. Ich nehme jetzt mal einfach, zeige mal, der Bitmon oder der Bitmon.de E-Commerce-Shop macht zwei Millionen Jahresumsatz. Du baust jetzt irgendein Feature in dem Shop ein und wenn du es nicht testest, weißt du weder, ob es positiv noch negativ ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Großteil von Effekten bei so minus fünf bis plus fünf Prozent liegt. Also das ist eine Analyse, die bei uns über alle Tests gefahren haben und da sehen wir so im Durchschnitt die Effektgrößen, in denen die meisten Tests sind, minus fünf bis plus fünf Prozent. Heißt, du hast das Potenzial, dass du fünf Prozent Abflift machst, was bei zwei Millionen, jetzt lass mich rechnen, das müssten hunderttausend Euro sein, hunderttausend Euro mehr Umsatz oder hunderttausend Euro Verlust, wo du machen kannst. Jetzt muss ich halt fragen, macht es betriebswirtschaftlich Sinn, das Risiko einzugehen, was einzubauen, wo ich nicht weiß, ob es ja hunderttausend Euro weniger Umsatz macht, wenn die Kosten für einen AB-Test vielleicht bei zweitausend Euro liegen. Das ist dann halt so, oder bei dreitausend Euro, je nachdem wie komplex der ist. Hier muss man sich halt wirklich dann unternehmerisch fragen, gehe ich jetzt ins Casino und poker einfach mal, dass das funktioniert oder spiele ich safe? Weil das muss man ja auch sagen, wenn du hundert Sachen testest, vielleicht sind nur zwanzig davon erfolgreich, vierzig wären negativ gewesen und nochmal vierzig wären neutral gewesen. Overall hättest du richtig wie Gate verzockt. Und wenn jetzt ein Online-Händler, sag mal, noch ganz am Anfang steht und vielleicht seine ersten zehntausend im Monat macht, würdest du dann auch schon sowas empfehlen oder sagst du, nee, da gibt es noch irgendwie andere Hebel? Nee, da würde ich sagen, am Anfang, Product-Market-Fit ist das Wichtigste. Also ich glaube, jeder, der sich am Anfang auch irgendwie denkt, er muss jetzt einen perfekten Shop bauen. Ich weiß nicht, ob du mit Nikolas von Nik... Ich habe vorher, glaube ich, gesehen, dass du dem auch einen Podcast aufgenommen hast, ob er da was dazu sagt. Ich weiß nicht, ob jemand den alten Nikin-Shop noch kennt. Nikin ist ja auch brutals gewachsen mit einem Shop, der wirklich Katastrophe war, der Gott sei Dank auch umgebaut worden ist. Aber das sieht man halt auch so. Am Anfang geht es um Product-Market-Fit viel mehr, als das um Shop geht. Und wenn man jetzt wirklich einfach mal den Scale hat, dass man merkt, okay, wir müssen jetzt überall anfangen, die kleinen Zahnräder zu optimieren. Dann sollte man sich mit AB-Testing beschäftigen. Aber ich bin sehr großer Freund von Focus und erst mal die Dinger machen, die wirklich am meisten Impact haben. Und am Anfang hat man einfach, wir haben es gerade davon gehabt, minus fünf bis plus fünf Prozent, wenn du 10.000 Euro Umsatz machst, sprechen wir davon, sehr wenig Geld. Und da allein, wenn du dann gegenüberstellst, okay, ein AB-Test kostet 3.000 Euro versus Expected Uplift von, jetzt habe ich das meine Mathe-Skills gerade richtig, sind das 50 Euro bei fünf Prozent oder sind wir bei 500? Nee, sind wir bei 50 Euro. Sind wir bei 50 Euro. Dann ist klar, da macht es nicht Sinn, das zum Testen, weil der Test halt einfach deutlich mehrfach ist, von dem kosten wird, als es bringen kann in Relation. Ja, sehe ich genauso wie du. Spannenderweise, ich hatte gestern eine Unterhaltung mit genau so einem Case. Der Shop, der macht irgendwie 10K im Monat. Und da ging es dann auch darum, hey, ich hole mir jetzt einen Page-Bilder für meine Produktseite und dann kann ich die so und so aufbauen. Und dann habe ich auch gesagt, hey, ist das wirklich der größte Hebel? I don't know. Spannend, dass du das auch so siehst. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen. Und was ist quasi so die, wie geht man da vor? Was sind denn so für dich, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen, was sind denn so No-Brainer-Tests, die vielleicht jeder Shop machen sollte, sag mal so ab 1, 2 Millionen Jahresumsatz. Gibt es da irgendwelche Best Practices? Im Vorgespräch haben wir schon eins angesprochen. Aber gibt es da so No-Brainer? Also Best Practices ist ein Thema, können wir danach gleich nochmal aufgreifen. Ich hasse Best Practices. Das hat sich seit unserem letzten Podcast nicht verändert. Das habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt. Klar, also ich kann immer gerne ein paar Testinspirationen geben. Hier jetzt vorweg schon mal ein Spoiler. Bitte kopiert es nicht einfach blind. Einbauen, ohne es zu testen, erfolgt auf eigene Gewähr. Dafür hafte ich nicht. Aber eine Sache, die wir jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr oft getestet haben, bedingt durch die wirtschaftliche Lage, gerade auch durch Ukraine-Krieg, durch Corona, grundsätzlich einfach, dass wirtschaftlich gerade den Leuten nicht so optimal geht und es viel Kaufangst und Kaufrückhaltung im Markt ist, dass man vermehrt darauf geht, verlängerte Zahlungsbedingungen zum Testen. Heißt, was wir zum Beispiel gemacht haben, wenn du auf einer Produktdetailseite bist, in Add-to-Card-Nähe oder bei Zahlmethoden der Nähe zu testen und anzuzeigen, hey, du kannst auf Rechnung kaufen, du kannst mit Paypal auf Rechnung kaufen oder mit Klaren auf Rechnung kaufen. Da gibt es unterschiedliche, je nachdem, was ihr für einen Vertrag habt, mit wem ihr einen Vertrag habt, kann man Sachen embedden, wo zum Beispiel so ein Pop-up kommt und dann genau dargestellt wird, wie du mit Paypal später zahlen kannst. Das ist ja gerade auch ein Feature, wo Paypal sehr stark pusht. Das ist ja auf der Produktseite angezeigt. Ich habe gerade ein paar, ich glaube von zwei Testzahlen im Kopf, das sind so um die 2,5 bis 3% Uplift gewesen auf dem Gesamtumsatz. Klar, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Shop haben, der 10.000 Euro Umsatz im Monat hat, ist das nicht viel Geld. Aber wenn du jetzt mal einen Shop hast, der 1, 2 Millionen im Monat macht, ist halt schnell 30.000, 60.000, 70.000 Euro mehr Umsatz. Und da rentiert es sich dann richtig. Das ist eine Testidee, die kann ich gerade wirklich jedem empfehlen, was einfach gerade auch, ich sage mal, so aktuell ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, wo man beim Testen immer im Blick haben soll. Was passiert gerade in der Welt auch? Was gibt es für Gründe, die irgendwie das Kaufverhalten beeinflussen können? Weil zum Schluss geht es darum im Onlineshop, wir müssen die Leute irgendwie davon überzeugen, dass sie ein Produkt kaufen und sehen so leicht wie möglich, zu machen. Und wenn die zum Beispiel das Produkt gerade brauchen, aber irgendwie erst in 14 Tagen ihr Gehalt bekommen, dann bieten wir halt eine Möglichkeit an und zeigen es ihnen, hey, hier kannst du in 30 Tagen zahlen. Das war ein richtig guter Test. Dann lasse ich überlegen, was kann ich noch für einen rausholen? Was sehr oft funktioniert, Headerbar-Tests. Das war ich jetzt überlegen. Glaubst du, versteht jeder was unter einer Headerbar? Oder soll ich kurz erklären, was genau eine Headerbar ist? Vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz für alle. Headerbar, ich glaube, ganz oft seht ihr es bei Onlineshops. Ihr habt das Menü oben und was eine Headerbar ist, ist im Prinzip nochmal eine zusätzliche Leiste, also eine Sektion, wo zum Beispiel USPs von einer Brand dargestellt werden, sowas wie kostenloser Versand, wo die Bewertungen dynamisch reingezogen werden, wie die Brand auf dem Trustpilot bewertet ist. Wie sind die Rückgabebedingungen? Was kann man noch reinschreiben? Wie lange gibt es das Unternehmen, wenn es ein Traditionsunternehmen ist? Und was man damit macht, wenn ein Nutzer auf den Shop kommt, sieht er innerhalb von den ersten ein, zwei Sekunden direkt die wichtigsten Vorteile eigentlich für den Kauf. Bei der Zwischenzeit, wenn du online was kaufst, Amazon und alle anderen Großen sind eigentlich No-Brainer. Du gehst da hin, kostenloser Versand, du weißt, das Service ist gut, du weißt, die Bewertungen sind gut. Und dementsprechend, wenn man als E-Com-Händler oder als kleinere Brand gegen die konkurriert, geht es halt oftmals darum, Vertrauen auszumstrahlen. Und das ist auch ein Testbuch, glaube ich, jeder mitnehmen kann. Wenn ihr gute Bewertungen auf dem Trustpilot oder einer anderen unabhängigen Bewertungsplattform habt, nutzt es, zeigt es direkt an. Wenn ihr kostenloser Versand habt, zeigt es an. Wenn ihr irgendwie eine verlängerte Garantie habt oder verlängerte Rückgaberechte habt, zeigt es an. Was halt hier der Vorteil ist, dass man den Test über alle Seiten laufen lassen kann. Heißt, wir können es über die Homepage laufen lassen, über die Produktseite, über die Kategorie-Seite. Und wir haben sehr, sehr viele Nutzer in dem Test drinnen. Heißt, wir haben potenziell einen sehr hohen Impact, was einfach sehr viele Leute sehen. Und da haben wir im Schnitt auch so, boah, den Test haben wir jetzt wirklich sehr, sehr oft durchgeführt. Sicher 20, 30 Mal, wenn nicht noch öfter. Würde ich mal sagen, im Schnitt zwischen 1,25 bis, wenn es wirklich Produkte sind, wo extrem viel Vertrauen gefragt ist, kann es auch mal 4 bis 5 Prozent Abflift geben. Das kann ich auch jedem mitgeben. Das ist spannend. Ja, und für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, wir wollen noch mehr Inspiration und Beispiele, schaut mal auf LinkedIn vorbei beim Samu. Einfach Samuel Hess auf LinkedIn. Du teilst ja wirklich regelmäßig hier auch so Insights, oder? Fast schon täglich, glaube ich. Wir sind aktuell, ich glaube, bei 4 bis 5 Prozent die Woche über meinen Account. Wird aber dieses Jahr mehr werden. Kann ich auch schon mal anspoilern. Aber nee, ich muss auch sagen, das fällt mir im Podcast immer so schwer, welche Tests, die ich jetzt hernehme. Weil ich sehe halt so viele Tests jeden Tag. Zum einen würde ich auf LinkedIn rausgehen, dann die, wo wir intern haben, wo ich aber nicht öffentlich sagen darf. Aber nee, LinkedIn, also wenn ihr Testinspirationen braucht, schaut vorbei. Aber wie gesagt, eine Sache, die mir wichtig ist, wie ich in jedem Podcast, wo auch gesagt wird, die Leute sollen sich das anschauen. Vorweg, nehmt baut es bitte nicht einfach ein. Ich habe in den letzten zwei Jahren einfach so viele Shops gesehen, die Snogs auf Command-C, Command-V gebaut haben. Und ich habe mir immer wieder gedacht, Jungs, das macht bei eurem Shop keinen Sinn. Das ist eine ganz andere Zielgruppe. Und auch ganz oft die Tests, die wir halt posten, sind Fälle von einem Shop. Aber wir haben auch genauso Beispiele, wo es halt dann schlecht performt hat. Gibt es da eigentlich irgendwas, was sich gar nicht lohnt zu testen? Boah, ähm. Also ich denke jetzt gerade vielleicht ein Futter oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, also halt alles, wo nicht direkt transaktional ist, wobei man auch sagen muss, wenn du jetzt halt beispielhaft, nehmen wir an, du bist in Amazon. Amazon hat am Tag, keine Ahnung, 30, 40 Millionen Page oder unique users in Deutschland. Und wenn von diesen 30, 40 Prozent dann auch nur 2 Prozent bis nach unten scrollen, hast du auch ein paar hunderttausend Leute, für die da Futter relevant ist. Da macht es Sinn. Aber solange das halt transaktional und umsatztechnisch gesehen keinen Sinn macht, auf keinen Fall, würde ich auch niemandem empfehlen, ein Futter zum Testen. Aber, ja, also da hast du vollkommen recht. Also für die Shops, die in der normalen Größenordnung sind, auf jeden Fall nicht im Futter. Und vielleicht Sachen wie, also was wir machen können, zum Beispiel im Support- oder Hilfe-Center, wir können darauf optimieren, dass man weniger Tickets generiert, dass die Leute schneller sich die Hilfe selber zusammenstellen. Das könnte man machen. Aber, das sind auch so die einzigen Dinge, wo ich sagen würde. Ja, ja, ja. Ist es dann auch so, dass du, oder auch, also du und dein Team, dass ihr primär Dinge testet, die verkaufsfördernd sind, also ich sag mal, eher verkaufspsychologisch aufgebaut sind, oder macht ihr auch so Sachen wie Design-A-B-Tests, zum Beispiel, welche Schriftart überzeugt besser, oder solche Sachen, also ist es überhaupt relevant? Also bei Schriftart und Fonds, es gibt ja hier ein sehr bekanntes Beispiel von Google, wo die irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Blautöne, nee, Bing war es, Entschuldigung, 20, 30 Blautöne gegeneinander getestet haben, um zu sehen, welches eine Höhe der CTR hat. Muss halt auch überlegen, die haben ein paar hunderte Millionen Nutzer am Tag, klar macht es dann Impact, machen wir nicht. Also wir haben keinen Shop, wo wir sagen könnten, dass 0,1% Abflüft ein paar 10 Millionen Umsatz mehr Abflüft bringen würden. Und dementsprechend sind unsere Tests, auch wie du schon sagst, eher verkaufspsychologisch aus dem Hintergrund. Was ich aber auch gern da hinzufüge, ist nicht einfach blind irgendwelche Patterns testen. Also was ja in den letzten Jahren jetzt sehr, sehr vermehrt gepusht worden ist, sind so diese Behavior Patterns. Also einfach Heuristiken, die irgendwo unterbewusst im Kopf drin sind, dass wir schneller Entscheidungen treffen können. Was ganz viele Leute machen, die sagen, wir wollen jetzt Social Proof testen, das muss ja funktionieren, das ist eine verkaufspsychologische Taktik, kann auch nach hinten wegfahren. Wir haben einen Kunde bei uns gerade zum Beispiel, die sind hauptsächlich darauf spezialisiert, Geschenkprodukte zu verkaufen. Heißt, da bestellen Leute, die andere beschenken wollen. Bei denen haben wir vier oder fünf Tests für Social Proof gefahren, hat nicht funktioniert, weil die Leute natürlich nicht, die wollen sich special fühlen, die wollen sich fühlen, als ob die so die ersten Personen sind, die sowas schenken und wollen so cool sein. Die wollen nicht wissen, dass 20.000 andere Leute das auch schon verschenkt haben. Und das sind dann so Dinge, wo es dann bei AB-Testung, ich sag mal so, auch Experimentation richtig anfängt, interessant zu werden und das ist nämlich der Research-Part. Wenn wir nämlich testen, müssen wir verstehen, wie tickt unsere Zielgruppe eigentlich, was wollen die eigentlich erreichen und das ist einfach, was man sich eigentlich vorstellen kann, so im Online-Haupt, also du gehst da auf den Shop, weil du ein Produkt kaufen magst. Dein Ziel ist es, ein bestimmtes Produkt zum Kaufen. Heißt, du wirst jemanden, der kein Interesse an einem Produkt hat, wirst du nicht kommentieren können. Aber du kannst probieren zum Verstehen, was für Fragen hat der, der das Produkt gerade kaufen mag oder was für andere Produkte könnte er noch dazu brauchen, etc. Und dementsprechend machst du Marktforschung, machst Research und probierst da mit Tests, probierst da einen Test zu konzipieren, die einfach den Einkauf leichter machen. Weil wenn wir auch mal ehrlich sind, Online-Handel ist stark gewachsen, weil der Online-Handel Sachen vereinfacht. Im Online-Handel, egal in welcher Branche wir sind, haben wir deutlich mehr Daten zur Verfügung, können deutlich mehr für Nutzer erleichtern, als zum Beispiel Verkäufer in einem Schuhladen vor Ort. So ein Verkäufer in einem Schuhladen vor Ort muss dein Fuß vermessen, der muss dir sagen, muss ich auf so ein Ding draufstellen, der weiß nicht genau, was dir passt. Ein Online-Händler kann zum Beispiel Tools wie Fitfinder einsetzen und kann zum Beispiel sagen, wir haben hier irgendwie von zweieinhalb Millionen Leuten die Daten von den Füßen, wie groß die sind, dementsprechend wissen wir, welcher Schuh dir an welcher Schuhgröße passt. Dann kann man überlegen, okay, dann könnten wir, wenn wir in Shops in der Schuhe verkaufen, uns überlegen, wo wir uns eine Tool, wo es die Datensätze hat, bauen das ein und helfen den Nutzern dabei, die Größe zu finden. Und so probiert man eigentlich vorzugehen mit relevanten Testideen. Dann können wir zum Beispiel noch sagen, irgendwie, wir bauen noch kleine Nuancen in so ein Testdesign ein und sagen, hey, wir haben hier einen Fitfinder, der von 10.000 Leuten in den letzten zwei Wochen benutzt worden ist hier und die haben dadurch bestellt und haben keine Probleme bei der Rückgabe gehabt. Dann bauchst du so diese psychologischen Taktiken und Trigger ein, dass du dann sagst, okay, schau mal, der Fitfinder, der hilft ja bei meinem Problem und hier ist sogar noch Social Proof, dass die Leute, die bei uns bestellt haben, extrem zufrieden damit waren und so macht man dann die Tests und das sind auch die Tests, die meistens einen Impact haben, weil die wirklich irgendein Problem vom Nutzer bedienen und dem Nutzer helfen, wirklich eine bessere Entscheidung zu treffen. Okay, cool. Das klingt für mich alles sehr, sehr plausibel und logisch und du hast mich ziemlich überzeugt, dass A-B-Tests sinnvoll sind. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht da so ein Prozess aus? Also vielleicht kannst du uns mal visuell durchführen, so von A bis Z. Es muss ja auch sicherlich irgendwie eine Art von Auswertung geben und Rückschlüsse. Wie sieht denn sowas aus, wenn man jetzt mal einen A-B-Test machen will? Ja, wie viele Steps glaubst du, oder wie viele Steps glaubst du, läuft ein A-B-Test? Also einfach mal, ich schieße es mal aus der Hüfte. Ich würde jetzt sagen, es gibt zuerst eine Idee, also keine Ahnung, wir machen jetzt den Warenkorb-Button gelb und blau und wir denken dadurch, dass mehr Leute draufklicken. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, man müsste das Ganze umsetzen, also die technische Umsetzung. Das dritte wäre, also mit technischer Umsetzung meine ich quasi auch die Google, also Google Optimize zum Beispiel. Und das dritte wäre dann zu sagen, okay, jetzt ist es fertig, keine Ahnung, nach zwei, drei, vier Wochen oder nach x Visitern und jetzt machen wir eine Auswertung und das, ich glaube jetzt vier oder fünf, der vierte Schritt wäre dann, quasi das Ergebnis zu implementieren und den nächsten Test zu fahren. Das ist jetzt mal in meinem Kopf. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn jeder A-B-Test so simpel wäre und es nur vier Schritte wären. Aber nee, also ich führe mal anhand von dem, wo du den ersten Punkt, den du gesagt hast, da kann ich mich gut drauf aufhängen. Also woraus entsteht die Idee erst mal? Das ist so das Erste. Also eigentlich fängt man immer bei Marktforschung an, ab und ich habe Research zu machen, probiert erst mal zu identifizieren, wo auf meiner Website verliere ich Leute, wo habe ich am meisten Impact, wo kann ich testen? Und dann das Zweite überlegt man sich, was sind die Motivatoren, warum springen Leute an bestimmten Stellen ab, etc. Und daraus leiten wir Ideen ab und dann ist aber so, wenn wir die Testideen haben, müsst ihr Hypothesen aufstellen. Weil es mal dumm gesagt, kannst du doch jetzt die Testidee sagen? Hast du gerade gesagt, dass wir einen Add-to-Cart-Button präsenter machen oder sticky machen? Sag mal einfach mal die Farbe ändern, ja. Okay, sag mal die Farbe ändern. Jetzt erklär mir, sag mir mal, du magst die Farbe von Orange auf Rot ändern. Jetzt erklär mir mal, warum du denkst, dass da mehr Leute kaufen würden. Probier mir mal eine Hypothese auf. Also gehen wir mal davon aus, der Button ist jetzt nicht komplett invisible, weil dann machen solche Tests Sinn. Also gehen wir davon aus, der Button wird halt irgendwie von einem Rotton in einen Krälen-Rotton. umgeändert. Was ist die Hypothese dahinter? Ja, hätte ich wahrscheinlich keine Idee. Und das ist genau so nochmal so ein Safety-Step, der eigentlich dann kommt. Du hast Research, dann hast du Ideen, dann probierst du eine Hypothese zu formulieren, dass du einfach eine, ich sag mal, so Vermutung triffst, warum ein Test ein Verhalten ändern sollte. Und das ist eigentlich der Step, wo man dann auch ganz schnell selber für sich feststellt, Shit, die Testidee, die ich gerade habe, die bringt dem Kunden eigentlich nichts, nur, dass er mehr Geld an mich bezahlt, aber ansonsten gar nichts. Und man muss ja auch, wie gesagt, so als Online-Shop dienen wir den Kunden, die wir betreuen und die Kunden wollen bei uns ein geiles Erlebnis haben. Die wollen nicht über den Tisch gezogen werden und irgendwie Sachen machen, die ihnen nichts bringen. Bei der Hypothese geht es genau darum, warum soll es für einen Kunden positiv sein, warum soll es das Verhalten von ihm abändern. Wenn wir da eine Hypothese haben, dann geht es erstmal dran, da muss ein Roadmap geplant werden. Weil jetzt gehen wir mal davon aus, du hast zwei Testideen. Die erste Testidee ist, du magst den Add-to-Card-Button die Farbe abändern. Und deine zweite Testidee ist, du magst das Verhalten in dem Add-to-Card-Button ändern. Wenn du jetzt beide Testideen gleichzeitig launchst, hast du eventuell Interaction-Effekts. Heißt, du musst auch erstmal planen, wann geht welcher Test live. Und wenn du das machst, kommen wir zum nächsten Step. Du musst dir ausrechnen, statistisch, wie viele Nutzer brauche ich, um Effekte nachzuweisen. Ich mache jetzt nicht das ganze Statistik-Fass auf. Ich glaube, hier ist es wichtig zu sagen, dass immer, wenn man A-B-Tests macht, das sind Zufallsexperimente, wie es in der Medizin auch ist. Also, wie Impfstoffe getestet werden zum Beispiel, wo geschaut wird, haben die Impfstoffe einen Effekt, haben die keinen Effekt. Gleiche ist in der Statistik mit A-B-Testing. Man muss eine bestimmte Stichmenge definieren, wo man dann sagen kann, okay, wenn wir 100.000 Leute in dem Test drin haben, können wir einen Effekt von 2% nachweisen. Und normalerweise ist es so, je größer die Testdatenmengen, also je mehr Nutzer drin sind, desto kleinere Effekte kann man nachweisen. Wenn man das gemacht hat, dann fängt es an, in die technische Entwicklung zu gehen. Heißt, meistens wird in einem A-B-Testing-Tool der ganze Test programmiert. Und dann, was die meisten Leute leider hier auch wieder vergessen, die meisten Leute würden jetzt genau wie du den Test live stellen. Wichtigster Schritt, der hier kommt, ist das Ganze technisch zum Testen. Also, sehr guten, granularen Q&A-Prozess zum haben. Q&A bedeutet, dass irgendwie der Test wird auf dem iPhone gepreviewt. Der wird auf dem, ich weiß nicht, ob es Windows-Phones von Nokia noch gibt, der wird auf sowas gepreviewt, im Internet Explorer und einfach auf allen Devices, wo wirklich relevanter Umsatz übergeht, weil, schlimm so passieren kann, du stellst den Test live, hast nicht alles gecheckt und nach irgendwie vier Wochen, wo der Test dann seine statistischen Parameter erreicht hat, siehst du, der Test hat richtig, richtig schlecht performt. Dann gehst du in die Daten rein und siehst so, Internet Explorer, hast du keine Transaktionen drin. Dann schaust du das Ganze im Internet Explorer an und merkst so, ja fuck, wir haben den Test für Internet Explorer nicht richtig programmiert, der funktioniert nicht, kein Kunde kann mehr auschecken. Hast vier Wochen von deinem Traffic verballert. Das heißt, ist uns auch schon passiert, aber das sind so Dinger, die weißt du am Anfang nicht, deshalb sage ich auch immer so QA, ist ekliger Prozess, braucht mehrere Stunden bis Tage teilweise, je nach Komplexität, aber wenn der ist abgeschlossen, das kann der Test live, dann kann man best einen gewissen Starhawk und sich denken, boah, ich brauche jetzt keinen Herzinfarkt bekommen, wenn mir jemand schreibt, da ist irgendein Bug, weil ich dann denke, fuck, der Test hat irgendwas kaputt gemacht, sondern ich weiß, dass alles richtig ist. Dann läuft der Test, wie gesagt, Statistik fast ist sehr, sehr groß, da kommt man zu, wir sind gerade in der Arbeit, das alles für normal, Sterbliche aufzuarbeiten, dass man das alles verständlich versteht, weil es doch sehr komplex ist. Man muss sich halt, also wie gesagt, man muss sich erst vorberechnen, wie viele Nutzer brauche ich, da muss man nochmal nachberechnen, muss das Risiko einschätzen und sehr viele andere Dinge, vor allem ist es auch, also nicht jede Metrik wert ist so statistisch gleich aus, eine Conversion-Wert rechnest du anders aus als ein Average Revenue per User zum Beispiel, aber dann wertest du aus und dann wird gesagt, okay, der Test war signifikant positiv, wird eingebaut, neutral, okay, hat anscheinend keine Auswirkungen gehabt oder negativ und wenn der Test neutral oder negativ war, dann fängt eigentlich der richtige Spaß erst an, weil dann gehst du in Segmente rein, probierst du es zu verstehen, haben irgendwelche Segmente bei dem Test unterschiedlich performt, hat irgendwas anders funktioniert, Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie zum Beispiel das zweite Bild auf der Bitmon, also wir gehen auf die Produktseite vom Bitmon.de-Shop, gehen wir mal davon aus, was hast du bei dir jetzt im Hintergrund, du hast ein Mikrofon im Hintergrund, gehen wir davon aus, du verkaufst Mikrofone, das zweite Bild wolltest du jetzt testen im Image-Seite, auf einer Produktseite, wo du irgendwie ein, so ein, keine Ahnung, hast du so einen gelben Flyover oder so eine gelbe Sprechblase drüber, wo irgendwie draufsteht, Mikrofonschutz inklusive. Desktop hast du irgendwie zwei Bilder und Mobile hast du nur ein Bild und so Slider mit Punkten. Wenn du jetzt zum Beispiel Daten anschauen würdest in einem Test, wo du eben dieses gelbe Ding reingefügt hast und du siehst zum Beispiel, okay, Desktop hat das richtig gut performt, Mobil hast aber keinen Impact gehabt, wodurch der Testen inconclusive war, dann könntest du jetzt sagen, okay, jetzt haben wir gelernt, das Element hat eine Auswirkung, auf jeden Fall, weil bei Desktop gesehen hat, dass es einen sehr, sehr krassen Uplift hat, aber der nicht groß genug war, um statistisch signifikant zu sein, kannst du hingehen und sagen, okay, Mobile haben es wahrscheinlich nicht genug Leute gesehen, weil es einfach versteckt war und so gehst du dann vor, wenn Tests inconclusive oder Loser waren und probierst du es zum Verstehen, warum war das jetzt so, die Daten gehen wieder ganz am Anfang mit zur Marktforschung dazu, wird in einem Backlog priorisiert und du schaust es wieder an und dann kannst du Step für Step immer weiter testen und an Ideen wird es einem nie ausgehen, also ein Test, den du abschließt, hast du Minimum wahrscheinlich 20 Follower-Up-Test-Ideen. Wow, also ich habe mal gerade nebenher mitgeschrieben, ich komme jetzt auf acht Schritte, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch war, nochmal für die Zuhörer, dass sie das nachvollziehen können. Der erste ist quasi die Recherche und somit dann auch die Ideenfindung, das zweite ist dann die Hypothese, das heißt, wir validieren, ob unsere Idee Sinn macht. Ah, ich habe eins der vergessen, Priorisierung, da können wir nachher noch drauf einkommen. Das ist Step Nummer zwei in der Tat. Okay. Nee, Research, Ideen, Priorisierung. Das ist ein genau und dann Hypothese. Jetzt darfst du wir weitermachen. Dann die Hypothese, dann kommt die Roadmap, das heißt, da machst du auch die Berechnungen, da planst du, was passiert wann. Ja. Dann kommt der nächste Schritt, also dann quasi Schritt Nummer fünf, die technische Entwicklung, auch mit dem A-B-Test-Tool. Wir haben Design übersprungen. Ich habe es probiert, schlussendlich, das ist so das Problem, also ich glaube, zehn Schritte dürften es insgesamt sein, also vor Development noch Design, weil hier noch ganz kurz der Einschub, bevor du kurz die Liste runterrattern kannst, eine Änderung im Design und Figma, also wir nehmen zum Beispiel Figma zum Prototypen, ist deutlich kostengünstiger als im Code und braucht ungefähr drei bis viermal so lange einen Code zum Ändern als ein Design. Mhm. Ja, spannend. Genau, und danach kommt die technische Entwicklung, das heißt, das A-B-Test-Tool kommt dann in Einsatz, dann kommt das ganze technische Testen, das ist jetzt hier bei mir, was habe ich jetzt, Schritt Nummer sieben slash acht, sage ich jetzt mal, ja, je nachdem. Auf allen Devices, ich kenne es tatsächlich noch aus meiner Zeit, bevor ich Marketer geworden bin, ich habe mich vor 13 Jahren als UI-Designer selbstständig gemacht und da mussten wir auch über Designs dann quasi Prototypen testen auf dem Internet Explorer 6 und solche Konsorten, deswegen I feel you, ich kenne es. Dann kommt das, dann geht der Test live, also Schritt Nummer acht, dann neun ist die Auswertung, im Bestfall ist es gut, dann kann es quasi implementiert werden, wenn es neutral ist oder negativ, dann geht ihr da tiefer rein, Segmente reingehen, hast du gesagt und dann Rinse and Repeat, ja, also ist doch gar nicht mal so, wie sagt man, unaufwendig, also ja, es geht schon viel Energie rein. Ja, das auf jeden Fall und also mega danke, dass du auch die Zeit nimmst und den Podcast darauf einzugehen, weil ganz oft müssen wir uns leider anhören, warum kostet jetzt ein AB-Test so viel Geld, weil ich muss sagen, ein AB-Test, je nach Komplexität, kann zwischen drei und siebentausend Euro liegen, so im Schnitt und damit kommst du ganz auf die Frage, warum ist das so komplex und dann denkst du halt jedes Mal, ja, das ist halt eine komplette technische Entwicklung, wo halt irgendwie fünf oder sechs Leute mit drin sind und das halt, also es ist ja so komplex, weil so viele Disziplinen drin hängen, extrem aufwendig, aber es rechnet sich halt, also ich glaube, also ich kann jetzt kurz auch bei uns verlinken auf die Website, glaube ich, wir haben jetzt Nox in den letzten, wie lange ist das, zweieinhalb Jahren, glaube ich, 150, 160 AB-Tests durchgeführt und wenn du es halt jetzt drei Jahre lang machst, dann bist du bei 3, ich glaube, letzte Auswertung war 3,1 Millionen zusätzlicher Umsatz pro Jahr und das sind halt Summen, die addieren sich halt schon auf, ist aufwendig, ja, aber langfristig auf jeden Fall wertvoll jeden Cent. Absolut, ja, also ich meine, jeder, der jetzt dazuhört und sich über sowas Gedanken macht, es ist ja eigentlich eine ganz einfache unternehmerische Rechnung, wenn ich da jetzt 7K in den Test investiere und der bringt mir dann aber langfristig irgendwie 70K raus, also einen zehnfachen Return, muss das eigentlich für jeden Unternehmer ein No-Brainer sein, darin zu investieren, aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die unerfahrenen Online-Händler und die Kleineren auch abschreckt, natürlich, ja. Ja, aber vielleicht ein Ding, bei was die meisten Kleinen abschreckt, ist, fuck, was ist aber, wenn der Test jetzt irgendwie neutral ist oder wenn der sogar negativ ist und hier muss ich auch sagen, negative Tests ist eins von den geilsten Dingern, die passieren können, wenn die statistisch korrekt aufgesetzt sind, weil du hast über den Nutzer was gelernt, ich bringe mal kurz ein Beispiel mit und wir haben bei einem von unseren Kunden, das ist wie lange her, ich glaube eineinhalb Jahre ist das her, dass der Test war, haben wir auf den Kategorieseiten die Preise entfernt, also haben wir die Preise einfach nicht mehr angezeigt, weil wir unsere Annahme war, wenn wir die Preise nicht anzeigen, dann gehen Nutzer eher auf die Produkte, die sie wirklich mehr mögen, die ihnen besser gefallen und sind auch bereit, mehr Geld auszugeben. Was bei dem Test rausgekommen ist, es war ein geistesganger Downlift, kann man hier schon mal sagen, also nicht geil, also im ersten Step nicht geil und auch schon so, waren wir auch eher panisch, weil wir jetzt gedacht haben, fuck, der läuft gerade nicht gut, aber, dass wir daraus gelernt haben, okay, die Zielgruppe ist sehr preissensitiv und dann ist man mal in einer großen Runde drüber gegangen, wie werden gerade die Preise eigentlich über Facebook oder über die E-Mail kommuniziert, dann ist aufgefallen, dass im E-Mail-Marketing zum Beispiel nie Preise kommuniziert worden sind und das war einfach so, ja, wir haben gedacht, die Preise müssen wir nicht kommunizieren, was dann gemacht worden ist nach dem Test, die Preise sind im E-Mail-Marketing reingekommen und schau da, auf einmal war im E-Mail-Marketing ein riesiger Ablifter, weil die Leute wissen wollten, wie teuer die Produkte sind und dementsprechend, auch wenn der Test dann irgendwie, klar, der läuft zweieinhalb, drei Wochen, ist negativ, hat in dem Zeitraum einen Umsatzverlust, du hättest ohne den Test nie rausgefunden, dass das schlecht ist, hättest ohne den Test jetzt eineinhalb Jahre wahrscheinlich noch immer nicht deine E-Mails drauf optimiert und so ist halt Test, wenn du AB-Test was Negatives hast, kannst du überall in allen anderen Kanälen von dir schauen, machen wir das da irgendwie anders oder machen wir das so, wie es im Shop gerade ist, weil wenn wir es so machen und wir haben im Shop gesehen, es ist negativ, lass uns doch mal andersrum ausprobieren, auch wenn wir denken, dass es ein No-Brainer eigentlich ist, da kannst du da auch wieder Abflifts rausholen und deshalb, wo die Leute leider falsch oder oft falsch verstehen, dass es halt verschwendetes Geld ist oder irgendwie so versunkenes Geld, weil die halt gar nicht so weit gehen und sich mal überlegen, warum war der Test jetzt negativ, weil wenn du es wirklich machst und probierst zum Lernen aus dem Test, kannst du es halt, da zahlst du für Learnings und zahlst nicht für Umsatzverluste. Ja, 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 auch ein gutes Argument, guter Punkt. Samu, hast du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie irgendwas, was du den Zuhörern sagen möchtest in Bezug auf AB-Tests, irgendeine Moral von der Geschichte oder irgendwas? Moral von der Geschichte, Testet so viel ihr könnt, ähm, das, äh, ich glaub, reason for my existence, gefühlt zwischenzeitlich, probier jedem zum Erzählen, testet einfach, egal, ob ihr es mit uns macht, mit einer anderen Agentur, testet, setzt euch mit dem Bereich auseinander und, ähm, vielleicht auch ein Ding, ich bekomm, wie gesagt, wir haben es vorher von der Conversion Rate gehabt, äh, lasst euch von niemandem verkaufen, dass euch jemand die Conversion Rate von heute auf morgen verdoppeln kann, weil das nicht funktioniert und nichts mit AB-Testing zu tun hat. Muss ich da ganz ehrlich einfach loswerden, weil ich sehe es immer mehr, dass aus dem, äh, teilweise amerikanischen Markt drüber schwappen, das haben wir bei uns auch auf den Erstgesprächen, dass so, die fragt wird, ja, können wir euch, äh, basierend auf der absoluten Conversion Rate bezahlen, wir so, nee, könnt ihr nicht, weil wir können ja auch nicht, also, wir können ja nicht beeinflussen, dass ihr keine neuen Ads mehr live stellt und solche Sachen, das einfach, beschäftigt euch mit dem Thema, versteht wirklich, was AB-Testing ist und was es nicht ist, AB-Testing ist langfristig da, um Stück für Stück mehr über die Nutzer zu lernen und effizienter zu werden, mehr Umsatz zu machen, aber AB-Testing ist nicht, die absolute Conversion Rate zum Optimieren. Mhm, mhm, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt und für alle, die jetzt da zuhören, ähm, ich glaube, ihr habt die Message mitbekommen, testet, testet, testet und für alle, die einen absoluten Profi an der Seite haben wollen und vielleicht auch gar nicht die zeitlichen Ressourcen oder auch das Knowledge haben, wendet euch an Samu von TripAgency, also, wir verlinken das Ganze auch unten in der Podcast-Episode oder jetzt auf YouTube unten in der Beschreibung, tripagency.de, einfach mal vorbeischauen, dass die gute Jungs wissen, was sie da tun, kleiner Call zu Action hier am Ende und, ähm, ja, Samu, von meiner Seite her, es war mir wieder eine Ehre, dass du das zweite Mal im Podcast, ich weiß gar nicht, ob das dritte Mal ist, aber ich glaube, es war das zweite Mal hier, und, äh, du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen, deswegen vielen Dank für deine Zeit und, dass du hier so wertvolle Insights geteilt hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und vielleicht ein Ding noch, wenn ihr euch wirklich mit Testing auseinandersetzen wollt, wir haben auch, äh, Daniel, du warst ein bisschen inspo für mich, weil mir dein Podcast gut gefallen hat, einen eigenen Podcast, letztes Jahr gelauncht, ich glaube, die ersten zwei Episoden sind auch rein über Metriken, äh, im E-Commerce, äh, das gibt einen guten Einstieg ins AB-Testing, hört euch die gern an, ähm, wie heißt der? Ja, wenn ihr, äh, less ego more data, äh, trage ich auf einem rechten Unterarm, äh, äh, ah, ne, hört da rein, ähm, wenn ihr Fragen habt, wie du gerade gesagt hast, Daniel, meldet euch einfach bei uns, wir probieren immer zum Helfen, wo wir können, äh, und zur Zeit, na, wie möglich, leider nicht immer möglich, aber genau, hat mich gefreut, hier zu sein, Daniel, und, dann, bist du wahrscheinlich in einem Jahr wieder. Hoffentlich früher. Alles klar, Daniel, dann mach's gut. Danke, du auch. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018